Liebe Handwerker, die Nähmaschine, die du hergestellt hast, ist unglaublich. Ich kann jetzt jedes Kleidungsstück viel schneller fertigstellen. Ich denke, dass ich mit dieser Maschine auch die Attribute von Kleidung verändern kann. Warum kommst du nicht vorbei und siehst es dir an? Der erste Versuch geht auf mich, liebe Karol. Oh, das ist schon mal schön. Und ich sage, hallo, meine Käsekätzchen und willkommen zu einer neuen Folge von MyTime at Portia. Ja, in letzter Zeit ist ja nicht sehr viel passiert. Und doch bauen wir, was das Zeug hält. Wo sollen denn jetzt die blöden Stahlplatten hin? Da. Die Aufladestation haben wir jetzt schon mal und da gehen wir jetzt erst mal als erstes hin. Die Aufladestation, ab. Also da hinten in die Wüste und dann machen wir gleichzeitig noch das andere. Aber da muss ich dann, wie schon gesagt, dann Offscreen bei dem Wasserturm. Ein paar große Rohre Farmen, weil anders geht das nicht. Und dann müssen wir nicht unbedingt dabei sein, weil das sonst wirklich zu langweilig wird. Und dann müssen wir jetzt auch noch die Aufladestationen haben wir schon mal. Puff. Fällt jetzt eigentlich dann nur noch das andere. Dann bin ich ja noch voll dabei, das zu machen. Aber ich brauche, wie schon gesagt, große Rohre. Und dann machen wir doch gleich einen kleinen Abstecher zu Carol. Und schauen, was sie so hat. Wo ist sie denn? Clothes. Ah, überarbeiten. Interagiere mit Carol und wähle überarbeiten. Kleidung kann auch überarbeitet werden, indem du zu Carols Laden gehst und mit einer industriellen Maschine arbeitest. Wähle die Kleidung aus, die überarbeitet werden soll. Aha. Durch Überarbeitung von Kleidung bleibt ihr Äußeres erhalten, aber die Werte eines anderen Kleidungsstücks werden übernommen. Alle Kleidungsstücke, die du erhalten hast, werden hier aufgelistet. Hinweis. Bei niedrigeren Überarbeitungslevel können die Werte sich verschlechtern. Für Überarbeitung benötigt man Materialien. Werte für die Werte nach Überarbeitung noch bestätigt. Dann ist der Kleidung am nächsten Tag abholbereit. Keine Ausrüstung. Ich sage jetzt, wenn ich mir sage, ja, ähm, naja gut, das ist nicht unbedingt, ich sage mir, ja, das gefällt mir sozusagen, kann ich das jetzt überarbeiten sozusagen. Also, naja, das sieht bov aus. Ja, da müssten wir, da muss der Marktpreis aber auch niedriger sein, weil da kann ich dann nicht auch mal Kleidung kaufen, weil es mir auch gefällt und alles. Schön, dass es das gibt, gucken wir jetzt mal gleichzeitig, gleich noch, hab, hab, nach meiner, mit meinem Wasserturm, den wir jetzt noch bauen müssen. Aluminiumblatt. Aluminiumblatt, hartes Aluminium, großes Rohr, Kupferplatten. Ich habe aber schon gesehen, ein großes Rohr können wir nicht machen. Brauche ich Bronzerohre, ja, viele Bronzerohre. Insgesamt 20 mal Bronze brauche ich, aber irgendwas wollte ich da. Genau, die Bronze, die, ich habe hier Kupferplatten schon. Zack. Und die Rohr erstmal hin und das Aluminium habe ich schon da. Ah, die können wir schon dran machen. Zack. Und zack. Brauche ich eigentlich nur noch die Aluminiumplatten und die großen Rohre. Ah, das muss ich, wie schon gesagt, dann offscreen machen. Machen wir uns aber erstmal keine Gedanken drum. Machen wir die Aluminiumplatten erstmal. Zack, können wir ja mitnehmen. Und hier könnten wir schon unsere Bronzebarren machen. Da brauchen wir 19 Stück noch. So. Machen wir gleich noch Holz. Ran. Gut, das dauert auch noch. Pferd M. Die müssen wir ja auch noch registrieren. Das ist ja, morgen ist ja dieses Reitturnier. Da machen wir auch wieder mit. Wie viel brauche ich denn noch? Ich kann doch bestimmt noch eine jetzt bauen, ne? Äh, machen. Äh. Aluminiumplatte. Fertigen. Drei Stück. Nur dabei muss ich noch ein bisschen. Zack. Hm. Wie machen wir das jetzt am besten? Große Rohre brauche ich noch. Also muss ich noch mal. Wohin? Muss ich mal gucken, wie ich das mache. Hallo, hallo. Wie ist es, wie steht's? Kannst du was anderes? Ja. Ich doch, ich weiß, dass du mich so magst. Ähm. Warte mal, die könnten mir das doch auch besorgen. Ich glaube, das können die mir auch besorgen, wenn ich mich irre. Aber, da muss ich nicht immer zu extra in diese, in diese blöde Claire, Claire Ruinerin. Weil, ich glaube, die könnten mir das nämlich auch besorgen, wenn ich mich nicht... Aber, muss ich mal gucken. Gell? Genau, wir haben so nämlich solche Aufträge. Mögliche Beute. Ignais' Mine. Hm. Theoretisch? Könnten wir das so machen, weil ich das hier gerade sehe. Zwei. Zwei. Drei. Drei. Theoretisch, wenn wir alle vier Finger machen, kriegen wir die Rohre auch zusammen. Hm. Dann sehen wir uns dann den nächsten Tag wieder. Ich gehe schon mal ein bisschen Ruinen tauchen. Bis gleich. So, heute geht's jetzt an das Eingemachte. Heute gehen wir mit Spirit zusammen zum Land planen. Spirit ist hoffentlich top in Schuss. Wir hoffen mal. Get Spirit. Wir fassen ihn auch an und streicheln ihn und betatschen ihn und die hoffen mal. Die Registrierung startet. Also bedeutet das, ich muss mich, muss ich mich hier registrieren? Teil nehmen? Registrieren. Tritt mit der anderen Teilnehmer an. Gut. Und wo muss ich jetzt hin? Hier, ne? Du bist in der Startlinie. Good Spirit. Dann wollen wir mal, ne? Geh gleich los. Ja. Ja, bin ich jetzt hier richtig an dem Ziel? Ja. Weil hier niemand ist. Registrierung beendet. 20 Minuten. Okay. Ich mach mich hier schon mal warm mit meinem Spirit. Spirit, bist du bereit? Da kommen schon welche an hier rein. Huch. Bereit? Ja. 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 wie viele runden musischen rennen 3 weiß ich jetzt nicht jetzt kriegt das aber ziemlich gut hätte ich nicht so gedacht verdammt ich hab jetzt kein speed mehr oh ok ja mein pferd hat gewonnen hey emily heute ist ja wieder gute zeit zum beschenken wir haben jetzt einmal mitgemacht das reicht bei mir brauche ich eigentlich nicht ich habe doch eigentlich was anderes zu tun ach das ist bestimmt für morgen gehe ich mir davon aus und morgen machen wir noch die strecke dann aber wir gehen jetzt erst mal noch ein bisschen was weitermachen wir haben leider auch noch was zu tun wir können ja weiter hier rumrennen ich habe einfach mal erst mal so die alu platten haben wir jetzt auch schon mal da kann ich glaube ich schon zwei machen ne kann ich nicht nur ein stück hätte ich auch noch bronzerrohre schenke mir noch dr schenken und den können wir denn noch beschenken ach da hinten stehen ja noch welche mich gar nicht das ist denn noch welche stehen komplett ignoriert wer rennt denn hier überhaupt alles mit was jango philis hm wer nicht riss steht auch hier wie bestellt und nicht abgeholt ein pferd steht noch einsam und verlassen da wir suchen ja eigentlich nur noch und wir brauchen eigentlich nur noch bronze diese dieses um diese rohre da fertig zu machen aus immer zwei großes roh zu machen und da brauche ich 20 stück klasse ich krieg eine krise hier so dass die produktion hier nicht still steht und da könnten wir theoretisch hier auch noch ein paar carbon-gestahl-dinger machen da steht das eigentlich still weil das können wir braucht man ja auch immer aber rohre müsste doch jetzt fertig sein oder mann 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 bin hier nur beschäftigt so und dann sehen wir es dann hätten wir auch nochmal immer diese geschnittenen so meine leute lange hat es gedauert jetzt können wir endlich mal den müsst ihr beenden meine Güter dann sehe ich ein einige tage damit verbracht diese rotzen fünf große rohre fertig zu stellen ach mann dann setzen wir es hat jetzt mal hin lange genug gedauert der goldene abschluss so mal gucken wo es jetzt ist hier ähm gut mit Albert reden müssen wir jetzt ok dann dann tun wir dieses mal wo sie denn jetzt hin ach der wird ja irgendwo rumschleichen hier ist der noch bei sich da ja scheint bei sich zu sein gut dann gehen wir mal hin zu ihm hallo ach da bist du gut gemacht lori da wir jetzt wasser im südblock haben benötigen wir nur noch elektrizität wir verbinden ihn mit den mit dem netz der stadt und dann können wir loslegen haha bedeutet dass das ding fast fertig ist ich hoffe mal die blöde arbeit die ich machen musste okay da hast du noch irgendwas ist ein bisschen spät aber egal mal will den 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 der ein blutteppich sagen wir hier 5 sonnenbrillen ok und das hier stahlmuscheln da weiß ich nicht wie man die herbe kommt wir lehnen es jetzt erstmal ab weil ich nicht weiß was hier aus ist wir werden es sehen am nächsten tag hu hu hupala oh wir haben was vom rathaus sei gegrüßt hast du einen moment zeit ich habe einen brandneuen auftrag für den ich dein bauschick im kopf hatte du wirst dich wie im siebten himmel fühlen bitte komm so schnell wie möglich zu mir mit freundlich grüßen bürgermeister gail ok wir sehen was der herr bürgermeister so hat aber erstmal werden wir noch mal schnell die viecher streicheln zack 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 so fährt auch mal jetzt können wir noch schnell die die mutzels hier so und jetzt sind aber die mutzels fertig jetzt könnten wir außer wenn die immer noch die eier hier mit ne wäre mal angebracht gut zack und ab dafür so dann gehen wir mal zum bürgermeisterchen ah leuchtet doch schon ist gut dann halt nicht dann warten wir halt noch dann dann kaufe ich halt erstmal ein paar rosen dann verkaufen wir den müsst ihr noch den ich nicht brauche dann werde ich es bereuen dann brauche ich es irgendwann tja so der bürgermeister was wollen sie denn von mir nein ah du hast meine meine post erhalten gut gut dein verhalten in letzter zeit besonders wie du dich um die sachen in der wüste gekümmert hast hat mich so beeindruckt dass ich nichts anders könnte als dieses projekt dir allein anzubieten ein projekt das sahnehäubchen von portier sendet kein gefährlicher kampf hoffe ich und keine repartur eines fehlhaften systems das ist einfach eine gefälligkeit für die stadt also was ist das projekt der heißluftballonpark von portier den wollte ich schon seit ewigkeit in portier bauen seit ich vor jahrzehnten im krieg in einen heißluftballon geflogen bin die aussicht aus dem ballon ist einfach wunderbar ich bin mir sicher dass die portierne und den besuchern gleichermaßen gefallen wird und ich habe endlich die gelder dafür erhalten wenn ich mich recht erinnere besteht dieses projekt aus zwei teilen zunächst musst du eine landeplattform und ballons bauen und sie dann an den richtigen ort installieren klingt nach spaß oder alles klar ich habe in der nähe des entdeckes in der mcdonaldshof etwas platz für dieses projekt geschaffen also installiere die landeplattform dort ich habe mir auch erlaubt mit peta darüber zu sprechen sie ist sicher dass ein heißluftballon und eine plattform gebohrt werden können aber es wird für etwas zeit in der forschung benötigen vielleicht solltest du dich mit ihr unterhalten wie die machst du ich muss zurück an die geschäfte bitte pass auf dich auf hab spaß und gibt keinen grund zur übermäßigen eile außer meine eigene ungeduld zu sehen wie diese idee flügel bekommt ja der wort wird zwar beabsichtigt hm ein ballon long long da müssen wir jetzt bestimmt wieder mit petra reden das stand glaube ich jetzt schon dran lalalalala ja ich muss ja mal hier rin hallo bist du für die baupläne hier dann habe ich etwas für dich du brauchst einen kopf für ein zwei personen etwas um den ballon anzufeuern und angemessen stoff für den ballon selbst ich glaube um die details davon brauchen wir fünf datendisks hallo hallo achso ich habe keine die habe ich glaube schon wieder reingepackt ne gut dann tige ich mal schnell los und hole diese zack dann können wir ja schon vor ne plattform müsste ich sogar schon bauen können ding 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 zack datendisks 34 werden hier bereichen hoffe ich zumindest mal da ich muss ja hier lang kann ja wohl reichen die datendisks gehts aber ein bisschen vorwärts gehen gut gut auf den bauplan warten da ich den aber schon mal in erinnerung habe glaube ich ich brauche eine aussichtsplattform schon die könnte ich sogar glaube schon bauen wenn ich mich nicht irre soo wo sind denn die aber? die brauche ich nicht zack judi 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 ab 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 weil hier waren nämlich klar klar in die auslage genau bei startlatten ich glaube die brauche ich auch zweite konkrete qualitäts leder und chartholzzielen wir könnten theoretischerweise schon mal den Weidekorb und den riesigen Ballon hartes Aluminium-Faserstoff-Pigmente. Wir könnten schon mal ein bisschen was vorbereiten. Wir brauchen mal Qualitätslederkost. Gehen wir jetzt noch schnell zu Dings. Wir holen uns ein paar Pigmente und Faserstoff. Wo will ich denn hin? Ich muss ja hier hin. So. Die hat nur 5 Uhr. Na ja, gut, dann nehmen wir die 5 Uhr nur. Dann haben wir halt ein paar mit. Die brauchen wir. So. So. Die brauchen wir aber noch. Hopp. Gehen wir kurz mit dem Pferd hier hoch. Qualitätsleder könnten wir jetzt theoretisch auch noch. Machen wir noch 3. So. Dann bauen wir mich eigentlich runter, weil ich noch mal. Das ist Aluminium. Das kriegen wir ja auch noch hin. Zack. Da kann das nämlich auch schon mal. Dann brauchen wir Hartwellstilen. Ist ja nicht so, dass wir ja keine haben. Stahlplatten. Nehmen wir 3. Das weiß ich nicht. Wir können mal ja später noch gucken. Gut. Hartwellstilen und Qualitätsleder. Die Lupe, wozu man die, wozu auch immer man sie braucht. Dann hätten wir ja schon mal den Ballon fertig. Aber sie hat ja gesagt, wir brauchen noch was. Damit der Heißlochballon ja auch heiß wird, ne? Können wir ja theoretisch dann nur das nehmen. Schleifstein, Schleifklinge. Holzsäule, Holzsäule, Seil, Auslage, Steinziegeln, Hammer, kleine Bombe, Stahlhüller, Resettenkiste. Ich gehe mal davon aus, bietet Platz für zwei Personen. Also der wird auf alle Fälle kommen. Wie viel Hartwellstilen habe ich gemacht? Habe ich jetzt 5 oder 6 gemacht? Ich glaube 10 habe ich gemacht. 3, 10, genau. Oh, hier ist aber auch ein Schnuschmarschmarsch. Zack, zack. Ja, guti, guti. Dann sag ich jetzt erstmal schauen wir und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bei my time. At portia. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.